We have to make it worth something Warte mal, ist das hier so riesig, ist hier wirklich nichts versteckt? Hm, ne. Mal schauen, ob wir in den Tempel reinkommen. Ja. Müssen wir wahrscheinlich wieder Deckung geben. Okay. Mach nicht den Anschein. Wow, in unser Sitz rein. Wow, wow, wow. Schauen wir mal nach. Ah, da liegen sie. Also, take a look at their thrones. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Saburo rules. Wie's that supposed to be? The goddess Athame herself. It's a relic of the old faith. Awful lot of trouble for a dead religion. I admit this does seem rather elaborate, even by our standards. Though Athame does have great historical significance, we once believed our gods were separate from the world. Looking down on us. Das hat für einen Moment so aus, ob sich die Statue gleich bewegen würde. Hey, was ist los? Chepard? There's a protheian beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? It's not something you've told me about the one on Mars. These beacons are a motherload of information. Worth keeping quiet about. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. Hmm. A beacon like this could explain why Asari are so advanced. You did say this temple was thousands of years old, Liara. That's a lot of time to study it. That doesn't make it true. But think about it. A scientific breakthrough every couple centuries, and your people would be running the galaxy. Which they pretty much do. Yeah. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Chepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. Maybe that's the point. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Okay, then schauen wir mal nach. Wo haben wir die Verbindung? Hmm. Ja. Hier haben wir es doch. Keine Verbindung. Hätte aber sein können. Ja, da haben wir es. Guckt euch das mal, ey. Als ob die Statue gleich, weiß ich nicht, so explodieren würde einfach. Schauen wir mal hier. Nee. Wie sieht's hier aus? Ja. Oh. Komm, immer. Naja. Da haben wir noch was. Sehr schön. Und? Oh, es geht auf. Wow, es ist wirklich ein Beacon. Krasse Sache. In der Statue versteckt. Na, da mal ran. We need to hurry. This place isn't going to... Summon and da. Whoa. Lasts very long. Obtaining chronological marker. Hold. Timescale established. Post-Prothian cycle confirmed. What are you? Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction tenis. Systems shutting down. Not so fast. We need answers. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the Crucible. Oh. A Prothean. These guys know how to make an entrance. Yep. An advanced virtual construct of Patrick Van. Oversee of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Trannby and Ile. Your remaining time is also at an end. We're all Protheans, so grim. What happened to the Crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? Yep. We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later we discovered the Separatists were indoctrinated. Sounds familiar. Our studies of past ages led us to believe that time is cyclical. Many patterns. Repeat. Like the Reaper attacks. And beyond. The same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assume the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps. Though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its intention. Galactic annihilation. You now stand at that precipice. Richtig. Then help us doch. There is still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not a prothean design. It is the work of calculus galactic cycles stretching back millions of years. Ach so. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far none have successfully defeated the Reapers with it. Die haben bei jedem Zyklus versucht die Reaper auszulöschen mit dem Ding. Haben es aber nie geschafft es wirklich zu vollenden. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. If you wish to continue fighting, I will not hinder you. Though I deem your art of success remote. We'll take our chances. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst too. Indoktrinated presence detected. Activating security protocol. Irgendwer ist hier. Der Typ wieder. Ich wusste es. Der hat die Kehlen aufgeschnitten von den Wissenschaftlern. Anderson hat uns vor ihm gewarnt. Sicher der Elusive Man. Hat er gesagt am Anfang, er soll nicht dazwischen funken. Na klar. Ja. Wie hast du diese Ort gefunden? Die Archive. Oder hat dein Prothean Experten missen das? Show dir. Ich versuche, ich werde nicht missen. Stick mit deinen Talenten, Dr. Dasone. Du hast geholfen die Schlage zu subjugieren die Reapers. Oder sie zerstört. Dramatisch, Shepard. Destroying die Reapers gains uns nichts. Wie geht es mit der Frieden? Richtig. Aber warum warten die so lange, ist die Frage. Sie müssen zusammenarbeiten. Hören Sie sich mal selbst zu. Kann ich gar nicht auswählen. Ha. Mir fehlt dazu sicher noch ein bisschen, ähm, äh, hier, diese Vorbildsachen. Wir haben eigentlich so viel gemacht, trotzdem kann ich das nicht auswählen. Kann beides nicht auswählen. You've forgotten everything you stood for. Cerberus was supposed to be Humanity's sword, not a dagger in our back. Poetic, but as usual. You missed the point. The world is more gray than you care to admit. With the Prothean data in this beacon, I can end this conflict. Once and for all. You're either with me or against me. There's nothing gray about that. No, I suppose there isn't. Glenn, the commander has something I need. Please, relieve him of it. Was für Naffe. Unglaublich. Komm. Ja, komm ruhig. Wir machen dich fertig. Dann zeig mir, was du kannst. Na, Singularity würde nichts bringen. Ich muss... Ah, shit. Was ist das denn? Ah, Feigling. Da hast du. Der regeneriert sich ja auch immer. Ich habe das. Ah, wieder ein guter Treffer. Starse. Naja, wieder getroffen. Ich hoffe, der kriegt keine Unterstützung. Getroffen. Wieder bei mir geblendet. Ich werde mal hier stehen, dann werde ich nicht getroffen. Das Dumme ist, dass der immer seine Schilde wieder rechargt. Daran müssen wir ihn hindern. Wir müssen ihn angreifen, während wir hier beballert werden. Die absolut falschen Waffen finde ich für den Kampf. Der bewegt sich immer, wenn ich schießen will. Absolut nervtötend. Der kommt aber auch wirklich nicht nah, ne? Ja! Schilde komplett weg. Wie er abbaut. Na, Kampf. Oh. Aber so klar. Target the supports. Ohohohohoho. Shit. Die haben doch nicht das Ding zerstört? Ei, 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 ei. Meine Güte. Ich danke dir für all dein hartes Arbeit. Der ist jetzt einfach mit. Komm schon, das können wir nicht zulassen. Komm, Shepard. Man wollte anscheinend, dass er irgendwo runtergefallen ist. Ah, da krabbelt er wieder hoch. Hartnäckig, der Kerl. So muss es sein. Ich frag mich, wenn man so hochklettern kann. Ich will es nicht ausprobieren. So, komm, jetzt. Eins gegen eins. Nahkampf. Ohne Waffen. Jetzt geht's los. Das wäre episch, wenn das passieren würde. Jao. Oh, komm, komm. Nicht fallen. Ah, shit. Die haben das wirklich mitgenommen. Oh, kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Sieht so, ob der Planet verloren ist. Gott, der muss sauer sein. Der muss kochen, innerlich. Da kommt wirklich Zerborus, dieser komische K. Hey, was beiß ich da und nimmt das einfach mit. Meine Güte. Shit. Na, der muss sich erstmal ein bisschen fassen, bevor er mit dem sprechen kann.